Unser Ziel ist es, unparteiische Entscheidungen zu treffen, die auf konkreten Daten und einer objektiven Analyse basieren. Die Erwartungen an eine Leitzinserhöhung im März sind deutlich gestiegen, teilweise aufgrund der Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump, Alastair McCaig, Firmwell. Am Freitag werden die überaus bedeutenden NFP-Daten zum amerikanischen Arbeitsmarkt veröffentlicht. Alastair, inwiefern würden unerwartete Daten die diesmonatige Leitzinsentscheidung der amerikanischen Notenbank beeinflussen? Ich denke nicht, dass die amerikanische Notenbank ihre geldpolitischen Pläne aufgrund überraschender Resultate verändern wird. Und zwar aufgrund starker Daten, die wir aus den vergangenen zwölf Monaten erhalten haben. Ich möchte unterstreichen, dass nicht nur die NFP-Daten ausschlaggebend sind. Die monatlichen Daten zum durchschnittlichen Stundenlohn könnten die Entscheidung der amerikanischen Notenbank mehr beeinflussen. Schwache Daten zum durchschnittlichen Stundenlohn könnten die Meinung der FED durchaus verändern. Die Erwartung einer Leitzinserhöhung ist während der letzten Woche deutlich gestiegen, und zwar von 22 Prozent bis auf ganze 85. Die Devisenmärkte rechnen mit einer Leitzinserhöhung im März. Die Chancen sind groß, dass die amerikanische Notenbank den Zins am Ende dieses Monats tatsächlich anheben wird. In dieser Woche wird sich die Europäische Zentralbank zu einer Sitzung versammeln. Mit soliden geldpolitischen Veränderungen rechnet man nicht. Ist die Gefahr, die vom Brexit ausgeht, der wesentliche Katalysator dieser Woche? Wir denken nicht, dass die Europäische Zentralbank während der nächsten Sitzung irgendwelche großartigen Veränderungen einführen wird. Die Teilnehmer der Devisenmärkte, der Aktien und der Anleihenmärkte warten eher auf die anstehende Pressekonferenz mit dem Vorsitzenden der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi. Eine der wesentlichen Ideen des Lockerungsprogrammes der Europäischen Zentralbank ist eine vereinfachte Form aller Kassenoperationen, die zwischen den Banken und der Geschäftswelt laufen. Von dieser zusätzlichen Liquidität profitieren sowohl die europäischen als auch die globalen Aktienmärkte. Nun kommt die Frage auf, auf welche Art und Weise die Europäische Zentralbank diese Situation aus der Sicht der Marktstabilität angehen wird, falls die RZB flexibler werden sollte, was das aktuelle Schema der Lockerung angeht. Darüber hinaus wird man viel über die Politik in Europa sprechen, vor allem über die Politik in Frankreich. Solch eine Situation wie in Frankreich kann man heute in mehreren Ländern beobachten. Damit ist die Beziehung zwischen dem Volk und der Regierung gemeint. Die Menschen wollen Veränderungen, und zwar nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa. Ich bezweifle, dass dies den Beliebtheitsgrad von Marine Le Pen erhöhen wird. Ich finde, dass Frankreich mit einer allgemeinen Unzufriedenheit besser klarkommt, als zum Beispiel Großbritannien oder Amerika. Auf die Anspannungen in Korea hat der japanische Yen mit einem Anstieg reagiert. Glauben Sie, dass geopolitische Spannungen der wesentliche Katalysator in dieser Woche sein werden? Der Begriff Währungskrieg ist heute nichts Neues. Viele Analysten führen dies auf einen immer zu kleiner werdenden Leitzins zurück. Durch einen kleineren Leitzins versuchen die Notenbanken, die Konkurrenzfähigkeit ihrer eigenen Währung zu erhöhen. Die internationalen Zinsen sehen flach aus. Die Tatsache, dass die japanische Notenbank einen negativen Zins eingeführt hat, hat die gesamte Situation noch komplizierter gemacht. Die Unternehmenssteuer ist das wesentliche Problem, da der Umfang der Unternehmenssteuer die Konkurrenzfähigkeit einer konkreten Wirtschaft stark beeinflusst. Die Perspektiven asiatischer Märkte sind von einigen Faktoren abhängig. Eine davon ist die Entscheidung Donald Trumps, was den Rückzug der transpazifischen Partnerschaft angeht, wovon China wiederum stark profitieren wird. Eine Eskalation der Anspannungen zwischen Süd- und Nordkorea würde den Yen direkt beeinflussen. Seit Mitte Juni 2016 ist das US-Dollar-Yen-Paar, welches als ein Barometer gilt, um fast 20 Prozent gestiegen. Während der letzten Monate hat die Produktivität des Währungspaares um ca. 6 Prozent nachgelassen. Die Dynamik dieses Währungspaares versuchen wir immer genau im Auge zu behalten. Das momentane Supportniveau liegt bei 1,12. Alistair, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Bleiben Sie dran, alles Gute und bis bald. Dugascoppy TV.